Hallo alle, wir haben eine Nachricht zu verkünden. Am 15. Dezember, gleich schon mal eintragen, wird unser neues Album erscheinen. Das zweite. Nennt sich dann Santa Monikon Revisited. Und für die Gelegenheit haben wir was vorbereitet. Wir haben jetzt gerade ein Video gedreht. Ist jetzt fertig, weil wir nicht mehr weiter drehen durften. Und davon wird hier einen kleinen Ausschnitt jetzt. Und das Video gibt es dann auf der Seite, wo es dann auch das Album zu downloaden gibt. Kostenlos. Viel Spaß damit. Tschüss. Euer defolz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017